Heute im Makerist Nähcafé 5. Hemd, Blusen, Kleider zum Selbernähen. Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen im Makerist Nähcafé Homeoffice Edition. Wir sind nämlich heute bei mir zu Hause. Das heißt keine pinke Wand, aber dafür mein pinkes Hemd. Das kann ich nämlich im Büro nie anziehen, weil ich sonst so mit der Wand eins werde und irgendwie verschwinde. Schön, dass ihr dabei seid. Ich habe für heute ein schönes Thema für uns ausgesucht. Wir gehen ein bisschen an den PC und wir gucken uns fünf Hemd, Blusen, Kleider an. Ich bin großer Fan von Hemd, Blusen, Kleidern. Wie der Name schon sagt, es ist eine Hemd, Bluse. In der Regel klassisch mit einem Kragen, Knopfleiste und so weiter, was ich hier gerade auch trage. Nur dann eben zum Kleid verlängert oder mit einem angesetzten Rock. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Deswegen habe ich fünf verschiedene rausgesucht. Von fünf verschiedenen Makerist Designerinnen. Und die haben auch alle einen schönen kleinen Rabatt gegeben. Beziehungsweise unterschiedliche Rabatte für euch, wenn ihr direkt euch in einen der Schnitte verliebt und den erwerben wollt. Habe ich euch alle im Video eingeblendet und auch unterm Video einmal drunter gepostet. Da findet ihr die verschiedenen Rabatte, die ab Postingtag dieses Videos für eine Woche oder zehn Tage ganz unterschiedlich laufen. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Ich hoffe, euch gefällt dieses Format. Wir gucken nämlich wieder in die E-Books hinein. Also ihr bekommt wirklich exklusive Einblicke in die E-Books, in die Schnitte und könnt schauen, ob die Schnitte was für euch sind. Könnt euch die Varianten angucken und könnt wirklich auch gucken, ob ihr mit den E-Books klarkommt und wirklich euch einen tollen Eindruck von diesen Designerinnen machen. Das finde ich nämlich auch immer toll. Man weiß, wenn man das E-Book kauft, in der Regel nicht, was man bekommt. Und wenn man hier schon mal gesehen hat, wie die Designerinnen arbeiten, Zeichnungen, Fotos, viel Text, wenig Text etc., dann kann man das besser abschätzen, weil meistens sind ja doch die E-Books relativ ähnlich gestaltet. So, und jetzt höre ich auf zu schnacken und es geht direkt los mit Kleid Nummer 1. In unserer Reihe der Hemd, Blusen, Kleider schauen wir uns als erstes das Hemd, Blusen, Kleid Quentina an. E-Book mit bebilderter Nähanleitung, gucken wir auch gleich rein von Schnittmuster Berlin. Fentina sieht im ersten Moment sehr klassisch aus, ist gar nicht so klassisch, wie sie scheint. Wir haben den Kragen, wir haben diese Falten vorne, einen Gürtel und diese Falten, die hier wie so eine talierte Naht aussehen, zeige ich euch gleich nochmal. Der ganze Spaß auch nochmal als technische Zeichnung oder als Modezeichnung. Und dann hier nochmal als technische Zeichnung mit verschiedenen Varianten. Lange Ärmel, kurze Ärmel, Puffärmel und eben dieser Gürtel. Und dann haben wir hier schon mal einen Auflegeplan. Und da seht ihr auch direkt schon mal einen Hinweis auf den Stoffverbrauch. Und zwar braucht man für die größeren Größen, 42 bis 50, knapp 2,70 Meter. Das ist dann wahrscheinlich so die Höchstmenge. Hier haben wir nochmal eine Quentina mit einem gefalteten Gürtel. Sieht man nicht besonders gut, weil der Stoff so wuselig ist, aber auch nochmal aus diesem anderen Stoff. So sieht sie aus. 11,90 Euro ist der reguläre Preis. Im Moment gibt es das gute Stück im Angebot. Ich blende euch ein, wie da die Konditionen sind und schreibe euch das natürlich auch unter das Video. Und dann schauen wir mal genauer rein, was dabei ist. Wir sehen, das E-Book beinhaltet eine bebilderte Anleitung. Ihr könnt den Schnitt als A0-Schnitt plotten lassen, aber auch als A4 selbst ausdrucken. Wir haben Skizzen, Zuschneideplan, Designbeispiele und hier die Größenangaben 34 bis 50. Und dann eben nochmal die verschiedenen Details, die da mit dabei sind. Hier unten bei den Materialien steht, dass eine Baumwoll, Webware, Viskose, Seide, Lein oder ein Satin empfohlen wird. Nochmal die verschiedenen Größen und auch dazu nochmal die Stoffmenge, die man braucht. Also 34 bis 38 braucht ihr 1,70 Meter. Bisschen Bügeleinlage, Knöpfe und dann eben die ganzen Werkzeuge. Nähmaschine, Nadel, Garn und so weiter und so fort. Und hier in der Beschreibung haben wir eben nochmal so eine kleine historische Einordnung des Hemdblusenkleids. Das Ding gibt es schon ein bisschen länger. Es gibt die klassischen Elemente, hier Kragen mit Steg, Knopfleiste, paar Details, Dreiviertelärmel. All diese Sachen und den Spaß schauen wir uns jetzt auch einmal direkt im E-Book an. Hier stecken wir auch schon im E-Book von Kleid Quentina. Ihr seht nochmal die Größen. Schwierigkeitsgrad sind hier drei Sterne angegeben. Mal gucken, ob es da noch mehr Hinweise gibt. Und nochmal die Zeichnung dafür mit den verschiedenen Varianten. Da gehen wir gleich einmal durch. Den Stoffverbrauch, den Auflegeplan hier. Zum Thema Drucken kann ich euch nur empfehlen, lest euch diese Hinweise immer einmal durch, wenn ihr selber zu Hause druckt, damit ihr wirklich die richtige Größe findet. Und dann möchtet ihr natürlich auch die richtige Größe nähen und zuschneiden. Und dafür gibt es erstmal von Schnittmuster Berlin einen kleinen Blockeintrag und natürlich die Maßtabelle. Und die steckt in diesem Schnitt tatsächlich auf dem Schnittmuster. Hier seht ihr schon mal so ein Stückchen. Da müsst ihr einfach das ganze Schnittmuster zusammenkleben, so wie es sich gehört. Und dann könnt ihr hier eben diese ganzen Maße herausfinden und eure richtige Größe finden. Und wir scrollen jetzt hier einmal komplett drüber, denn diesen Teil brauchen wir uns nicht genauer angucken. Wir schauen jetzt uns die Anleitung an. Die Anleitung für Quentina ist relativ knapp gehalten. Hier vorne habt ihr nochmal eine kurze Beschreibung darüber, was es eigentlich ist. Auch nochmal die Angaben, was für Specials dabei sind. Also wir haben drei Viertelärmel mit Schlitz oder Puffärmel oder geschlossene Manschette. Es gibt verschiedene Gürtelvarianten. Einer geformt und glatt, einer mit einer Faltenpartie im Rücken. Hier auch nochmal die Länge des Kleides und dann den Hinweis, dass in dieser Anleitung im Leinenstoff genäht wurde. Sieht sehr schön aus, könnt ihr gleich sehen. Nochmal die Empfehlung für euch. Leinen, Baumwolle, Viskose, wichtiges, etwas nicht Elastisches. Eine Webware. Ihr könnt natürlich auch mit elastischen Stoffen arbeiten, wobei ich jetzt nicht mit einem Jersey arbeiten würde. Das würde euch das ganze Ding total zerschießen. Ein leichter Elastananteil ist wahrscheinlich gar nicht so dramatisch. Eventuell könnt ihr dann mit der Größe ein bisschen weiter runtergehen. Hier nochmal die Stoffempfehlung, wie viel ihr braucht. Dann der Zuschnitt. Denkt dran, alle möglichen Knipse und Markierungen mit zu übertragen. Und dann kann es hier auch schon losgehen. Wir haben hier einmal den Kragen, der natürlich auch die Einlagen braucht, damit der Kragen anständig steht. Dann die vielen verschiedenen Einzelteile. Davon gibt es auch von Schnittmuster Berlin ein Video, das ist hier verlinkt. Klickt ihr einfach mal drauf. Und dann haben wir hier nochmal eine kleine Auflistung der verschiedenen Teile, die man braucht. Könnt ihr euch alles in Ruhe durchlesen. Und dann geht es auch schon an die Anleitung. Genäht wird mit Overlockmaschine und Haushaltsmaschine hier in dieser Anleitung. Ihr könnt natürlich auch nur mit der Haushaltsmaschine nähen. Gerade so Späße wie Abnäher, damit geht es hier direkt los, müssen natürlich mit der Haushaltsmaschine gemacht werden. Das ist direkt der erste Schritt. Damit werden die Vorderteile vorbereitet. Hier wird die Rückenpasse einmal an den Rücken angebracht. Und dann haben wir hier vorne direkt diesen Kniff, wo ich meinte, diese Talierung sieht nur aus wie eine Talierung. Es sind keine Taillenähte, sondern es ist eine Falte, die hier in Oberteil und Rockteil gelegt wird. Und das ist eben dieser nicht ganz klassische Aspekt, weil sonst wäre so eine Bluse wahrscheinlich eher taliert. Dann haben wir Nahttaschen. Sehr praktisch. Ich finde Kleider mit Taschen immer sehr schön. Da muss man eben Schritt für Schritt durchgehen. Hier seht ihr die ganze Tasche noch einmal. Und dann geht es auch direkt schon unten am Saum weiter. Wie gesagt, wir gehen nur relativ schnell durch. Ihr seht jetzt schon, dass die Anleitung tatsächlich nichts für ganz blutige Anfänger ist. Also ihr könnt es natürlich probieren auch als Anfänger. Ihr könnt versuchen, euch da reinzufuchsen. Aber ich glaube, so ein bisschen Erfahrung ist hilfreich, damit man wirklich hier auch immer weiß, wo man ist. Weil eben im Bild wirklich die Details angezeigt werden und nicht das große Ganze. Das heißt, wenn jetzt hier der untere Saum ist und hier an der Knopfleiste gearbeitet wird zum Beispiel, dann muss man das auch erst mal erkennen. Und als Anfänger stelle ich mir das ein bisschen schwierig vor. Genauso ist es mit dem Kragen. Hier haben wir zum Beispiel das Kragenteil schon mit der Bügeleinlage drauf. Da sollte man auch erst mal sehr, sehr fein und sauber arbeiten. Und dann muss man natürlich auch wissen, wie das funktioniert, weil man es vielleicht hier aus den Bildern nicht so ohne weiteres herausfindet. Hier aber mit allen Details, wie man dann auch die Nahtzugabe zurückschneidet, damit es wirklich ein sauberes Ergebnis wird. Und wie man den Kragen schon mal annäht, von innen und außen ansteppt, sodass das alles sauber ist. Als nächstes geht es an den Ärmel. Wir haben hier so ein Dreiviertelärmel mit einem Schlitz. Und wie der genäht wird, habe ich hier auch zum ersten Mal so gesehen. Mit so einem kleinen Dreieck, was eingenäht wird und dann umgestülpt wird. Sehr, sehr schöne Technik. Erstmal am offenen Ärmel, sodass dann, wenn der Ärmel einmal umgestülpt ist mit diesem Dreieck, sehr sauber aussieht, so wie hier. Dann haben wir oben in der Schulter ein bisschen mehr Platz, beziehungsweise wir brauchen einfach ein bisschen mehr Platz. Bei einer Webware. Deswegen ist hier dieser geraffte Teil, das hat so eine leichte Puffärmeloptik, aber nur ganz, ganz leicht. Das fällt hier kaum auf. Ihr könnt natürlich auch einen richtigen dicken Puffärmel nähen, wenn euch das gut gefällt. Hier nochmal der Ärmel, wie er eingesetzt wird. Wirklich diese Schulter. Und dann geht es auch schon zum Gürtel. Das ist ein relativ einfaches Teil, wie ihr seht. Die Teile einfach zusammennähen. Hier wird die Wendeöffnung gelassen, damit man das Ganze schön sauber wenden kann. Und dann werden noch ein paar Knipse genäht, damit die Rundungen sich auch schön legen. Hier seht ihr nochmal sehr gut, dass da eine kleine Rundung dabei ist. Hier sehen wir nochmal die fertige Quentina. Was jetzt im E-Book gar nicht so sehr thematisiert wurde, ist die Knopfleiste. Die wurde am Anfang zwar genäht, aber mit Knöpfen und Knopflöchern und so weiter müsst ihr euch dann tatsächlich selber herumschlagen. Ist gar nicht so schwer. Könnt ihr euch auch im Make-Rist-Videokurs zum Thema Hemdbluse nochmal anschauen. Hier ist auf jeden Fall alles schon mal dabei. Und auch hier bin ich immer großer Fan von Alternativen, wie zum Beispiel Druckknöpfen. Geht nämlich viel schneller als dieses ewige Knopfloch-Gurke. Hier unten habt ihr noch ein paar Designbeispiele. Das sind nochmal die beiden Stoffe, die wir auch auf der Website schon gesehen haben. Hier mit dem gefalteten Gürtel, mit wirklich sehr großen Puffärmeln. Hier die Dreiviertelärmel mit Schlitz aus dem Leinenstoff. Beides sehr, sehr schöne Beispiele. Und dann kommt zum Schluss nochmal ein Stückchen Vorderteil. Aber das war's eigentlich schon. Das ist unser Hemdblusenkleid Nummer 1. Kleid Quentina von Schnittmuster Berlin. Unser zweites Hemdblusenkleid, hier heißt es Blusenkleid, ist Irenes Kleid aus dem Hause Lotte und Ludwig. Hier haben wir direkt in der Überschrift schon mal die Größen. 34 bis 52, ein großes Spektrum. Und hier können wir uns das gute Stück direkt einmal anschauen. Ihr seht, das ist nicht ganz so streng wie unser Klassiker von eben. Wir haben hier so einen etwas verspielteren, ich will fast sagen ländlicheren Stil. Also das Ganze ist wirklich eher so ein bisschen nordisch, ja, ländlich angehaucht. Wir haben eben nicht die strenge Knopfleiste, sondern hier diese Schlaufen, die gearbeitet sind. Ein Bindegürtel, wenn man mag. Dann ist der Saum unten auch schön gearbeitet. Hier gucken wir uns nochmal die anderen Varianten an. Das ist ohne Bindegürtel. Ich zeige euch direkt dann auch nochmal den Ärmelabschluss im E-Book. Und dann haben wir hier noch eine Variante von einer werdenden Mami. Da passt nämlich der Bauch sehr, sehr gut mit rein. Das sind die Varianten, die ihr hier sehen könnt. Wir schauen natürlich gleich ins E-Book. Aber vorher der reguläre Preis 7,50 Euro. Für euch ab heute ein bisschen günstiger. Wird eingeblendet, wie viel. Und dann haben wir hier einmal unsere ganzen Infos. Es gibt eine bebilderte Nähanleitung dabei. Es ist auch eine Großdruck, also eine A0-Datei dabei. Ihr könnt aber auch natürlich in A4 den ganzen Spaß einmal ausdrucken. Empfohlen wird auf jeden Fall gewebter Stoff. Das ist bei den Hemdblusen eigentlich gang und gäbe. Da kann man eine Baumwolle nehmen. Viskose. Ihr braucht kleine Knöpfe in Schrägbandformer, weil auch mit Schrägband hier gearbeitet wird. Eine Wendenadel ist da auch ganz hilfreich. Man kann natürlich auch so herumfummeln. Aber kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr eine Wendenadel habt, damit zu arbeiten. In der Beschreibung haben wir nochmal die Größen. Dann auch für den Brustumfang. Das ist wahrscheinlich für viele auch nochmal ein guter Hinweis, ob die eigene Größe überhaupt mit dabei ist. Und dann haben wir hier nochmal so ein paar Details. Es gibt Dreiviertelärmel. Wiener Nähte, die sich wunderbar der Brust anpassen. Gucken wir gleich in der Anleitung nochmal rein. Der Rock ist in der Teile gekräuselt oder in Falten. Es gibt praktische Nahtaschen. Bin ich großer Fan. Umstandsvariante, verschiedene Längen etc. PP. Schauen wir uns alles an. Nochmal der Hinweis für geübte Anfänger ist das Ding hier geeignet. Man muss wirklich ein bisschen geübt sein. Ich habe mir in die Anleitung schon reingeguckt. Es ist alles sehr detailliert, aber man hat einfach sehr viel mehr Spaß, wenn man detailliert arbeitet. Hier nochmal der große Hinweis, Jersey geht nicht. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dann haben wir hier nochmal Mehrgrößenschritt. Und hier unten zwei Bilder aus der Make-Rist-Werkschau. Falls ihr die Werkschau noch nicht kennt, das ist quasi unser Mitgliederbereich, in dem ihr eure genähten Stücke einmal zeigen könnt. Und da haben wir hier direkt eine Variante auf so einem Musselinstoff. Und hier drüben, ich würde mal vermuten, es ist wahrscheinlich eine Baumwolle oder ähnliches. So kann man das auch wunderbar machen. Klickt euch da unbedingt rein. Ihr könnt auch gerne ein kleines Herzchen oder einen Kommentar geben. Da freuen sich bestimmt die Näherinnen, die diese Stücke genäht haben. Und dann haben wir hier bei Lotte und Ludwig auch schon Bewertungen für diesen Schnitt. Fünf von fünf Sternen, also jemandem hat es sehr gut gefallen. Und das ist doch für uns Grund genug, jetzt direkt einmal da reinzuschauen. Die E-Books von Lotte und Ludwig sind immer sehr schön bunt und mit vielen Details. Hier geht es direkt los mit verschiedenen Designbeispielen. Nochmal eine werdende Mama, ihr seht, da passt der Bauch sehr gut mit rein. Und ihr seht hier in der Mitte auch direkt schon den schönen Abschluss am Arm, wie mit so einem kleinen Tropfen, wo der Ärmel in Falten liegt. Sehr, sehr schönes Teil. Im E-Book könnt ihr auch sehen, wie das Ganze gearbeitet wird. Und dafür scrollen wir uns jetzt einmal durch. Hier haben wir nochmal so ein paar Infos von und über Lotte und Ludwig. Lest euch das ruhig in Ruhe durch. In Inhaltsverzeichnis, noch mehr Bilder. Das ist hier sehr, sehr schön. Einmal die Größentabelle. Sehr wichtig, dass ihr die richtige Größe näht. Oberarme und Brustumfang sind dabei das Wichtigste. Und dann geht es grob von Größe 34 bis 52. Hier gibt es auch einmal den Materialverbrauch für euch. Hier haben wir für euch einmal den Klebeplan, wie man die vielen Blätter, wenn man das zu Hause in A4 ausdruckt, zusammenklebt. Und auch eben die Hinweise zum Drucken. Wie gesagt, da muss man auf jeden Fall immer drauf achten. Das Schöne an unserem Kleid Irene ist, dass wir hier auch mit großen Brüsten ganz tolle Ergebnisse erzielen können. Das machen die Wiener Nähte. Die seht ihr hier schon mal so ein bisschen angedeutet. Das sind eben diese Nähte, die die Brust sehr schön einbetten. Und da kann es manchmal vorkommen, dass wenn man besonders vergrößern muss, der Rücken etwas gekürzt werden muss. Dass eben vorne hier unten das Stück nicht so doll absteht. Und dafür habt ihr hier eben so einen kleinen Hinweis, wie am besten gekürzt wird. Sehr, sehr schön für große Größen, das schon mal zu wissen. Dann haben wir auch für breitere Oberarme hier eine kleine Anzeige, wie man den Ärmel etwas verbreitern kann. Das könnt ihr auch einfach so Schritt für Schritt hier nacharbeiten. Oder es gibt auch viele, viele YouTube-Videos zu dem Thema, falls euch das so in der Form nicht so viel sagt. Wenn ihr das Kleid taliert nähen möchtet, dann könnt ihr ein paar Abnäher noch mit einnähen und auch diese Wiener Nähte ein bisschen talierter nähen. Da gibt es hier eine kleine Anleitung. Zum Zuschnitt brauchen wir nicht viel zu sagen. Die Nahtzugaben sind nicht enthalten. Das finde ich immer sehr begrüßenswert. Empfohlen wird eine Nahtzugabe von einem Zentimeter. Das könnt ihr aber machen, wie ihr möchtet. Und hier seht ihr den Auflageplan, sodass alles eben auf eure Stoffbreiten passt. Ein Probeteil wird empfohlen. Das kann ich tatsächlich bei Hemdblusenkleidern auch nur empfehlen, weil wir eben nicht diese Jersey-Situation haben, dass der Jersey sich sehr gut anpasst. Dementsprechend, damit es wirklich alles gut sitzt, denkt man darüber nach, ein kleines, günstiges Probeteil zu machen. Und dann noch eine Info zum Versäubern, denn hier wird nicht einfach drauf losversäubert, sondern nur so, wie es im E-Book steht. Das müsst ihr euch anschauen. Schrägband wird selbst verarbeitet. Ihr könnt natürlich auch gekauftes Schrägband nehmen. Dann haben wir hier ein paar Infos zum Übertragen der Bügeleinlage. Also ihr seht, dieses E-Book von Lotte und Ludwig ist sehr, sehr detailliert. Ihr kriegt sehr viele Schritte hier ganz detailliert gezeigt, sodass ihr das Ganze nachnähen könnt. Ein bisschen Näherfahrung wird empfohlen, aber auch Anfänger können hier ganz toll nähen. Hier geht es direkt los mit dem Oberteil, mit den Wiener Nähten, die eine wunderschöne Brust machen. Dann haben wir das Rückenteil. Das hat eine Bewegungsfalte. Das ist hier diese Quetschfalte, die in der Mitte ist, dass man da wirklich auch gut in Ruhe durchatmen kann und sehr viel Luft in dem Stück hat. Finde ich, ist eine sehr schöne Variante, weil es trotzdem noch talliert und angenehm sitzt. Dann haben wir hier vorne den Knopfleistenbeleg. Wie gesagt, keine klassische Hemdblusenknopfleiste, sondern diese kleinen Schlaufen, die eben diesen schönen Landhausstil haben. Da wird der Beleg drauf gelegt. Also alles sehr, sehr detailliert für euch, dass ihr mitnehmen könnt. Dann haben wir den Tropfenausschnitt am Ärmel. Lässt sich auch alles easy Schritt für Schritt verarbeiten. Und das ist dann zum Beispiel so ein Teil, wo ihr das Schrägband braucht. Dann wird der Ärmel auch schon eingesetzt. Knöpfe sind auch schon angebracht. Und theoretisch ist eben das Oberteil quasi hier eine eigenständige Bluse. Also an dieser Stelle könntet ihr das Ganze eigentlich auch einfach säumen und hättet eine kleine, wahrscheinlich relativ bauchfreie Bluse. Wir wollen keine Bluse. Wir wollen weiter zu einem Hemdblusenkleid. Deswegen kommt hier der Rock. Wir haben seitliche Eingrifftaschen. Die sind im Schnitt so direkt angeschlossen. Also ihr seht hier, dass hier jetzt keine Naht ist, sondern dass die direkt mitgeschnitten wurden. Ein bisschen Platz und Stoff sparender ist, wenn ihr die selber annäht. Das könnt ihr natürlich auch machen. Also wenn ihr da ein bisschen wenig Stoff zur Verfügung habt, dann macht das ruhig. Und dann wird der ganze Spaß noch zusammengenäht. Also einmal hier die Bluse mit diesem gerafften Rockteil. Die Raffung könnt ihr natürlich auch in Falten legen, wenn euch das besser gefällt. Hier sind nochmal ein paar Beispiele mit dem Bindeband und dem Gürtel. Sieht das auch ganz zauberhaft aus. Hier wird auch nochmal gezeigt, wie der genäht wird. Und dann gibt es vielen Dank an die Probenäherin. Und da habt ihr hier auch nochmal ganz viele tolle Eindrücke, wie dieses Ding aussehen kann. Und ich finde, es ist sehr facettenreich. Also wenn ihr euch hier ein bisschen Zeit nehmt, einmal das Video pausiert, dann seht ihr, dass es ganz viele verschiedene, ein bisschen sportliche, elegante, nordische, schlichte, verspielte Varianten gibt. Da lohnt es sich wirklich, einen Blick drauf zu werfen und genau hinzuschauen. Ihr seht auch, dass der untere Saum sehr oft unterschiedlich verarbeitet wurde. Mal haben wir einen Schlitz an der Seite, mal ist es ein breiter Saum, manchmal ist es ein gerader Saum, mal ist er rund. Sehr, sehr viele Varianten habt ihr hier. Und dann geht es auch schon weiter in den Schnitt. Das ist für euch jetzt gar nicht mehr so spannend. Das heißt, das war Blusenkleid, Irenes Kleid aus dem Hause Lotte und Ludwig. Das nächste Kleid in dieser Reihe ist wahrscheinlich so ein bisschen der Exot. Das ist nämlich das Oversized Shirt Dress aus dem Hause Meinwerk DIY. Und hier könnt ihr direkt schon einen Blick darauf werfen. Da klicken wir auch direkt einmal rein. So sieht der Spaß aus. Trägt zu Recht den Namen Oversize. Das heißt, es ist sehr groß, keine Abnäher, es ist alles sehr lang gestaltet. Hier auch in diesem wunderschönen Beigeton. Ich liebe auch die Latschen, die die Lady anhat. Ganz fantastisch. Hier habt ihr nochmal die technischen Zeichnungen mit den verschiedenen Kragenvarianten. Großer Steg, kleiner Steg, klassischer Hemdkragen. Ihr habt auch die Knopfleiste ganz klassisch. Und hinten eine Falte im Rücken, in der Rückenpasse. Das Ganze geht natürlich auch kurz. Da haben wir gleich nochmal ein Bild. Genau, hier ein Beispiel, ein beispielhaftes Bild davon. Kurz mit einem kleinen Steg. Auch von hinten. Sehr, sehr schön für den Sommer wahrscheinlich, wenn man so eine sehr hohe Hose trägt. Sieht das fantastisch aus. Das ist auch sehr wichtig, eine Maßtabelle. Da wird immer wieder gefragt. Hier seht ihr einmal die Fertigmaße des Stückes, sodass ihr wisst, welche Größe ihr braucht. Und habt wirklich auch nochmal ganz genaue Angaben, wo gemessen wird. Sehr, sehr praktisch. Da könnt ihr quasi nichts falsch machen. So, dann schauen wir mal. 6,90 Euro ist der reguläre Preis. Heute und ein paar Tage für euch im Angebot. Und bevor wir in die Anleitung gucken, gucken wir schon mal, was dabei ist. Wir haben hier ein A0-Format, was ihr euch plotten lassen könnt. Ihr könnt selber A4 ausdrucken, 40 Seiten. Eine schriftliche Anleitung auf 15 Seiten mit ersten Schritten, Schnittmuster, Modifikation und einem Glosser mit Fachwörtern. Den zeige ich euch auch gleich. Das ist ein sehr schönes Feature von dieser Anleitung. Und dann eine kleine Materialkunde. Natürlich braucht ihr einen Oberstoff, einen Hemdstoff, nicht elastisch. Populine ist eine Baumwollwebware in der Regel. Ihr könnt auch eine Viskose nehmen. Allerdings ist, glaube ich, hier ein etwas festerer Hemdenstoff tatsächlich noch ein bisschen schöner, weil so dieser Oversize-Charakter auch besser zur Geltung kommt. Dann eine Vlies-Einlage. Die muss so lang sein wie die Knopfleiste. Ihr braucht Knöpfe, Garn und natürlich das passende Werkzeug. So, hier nochmal ein bisschen was zum E-Book. Manschettenschlitz. Der ist hier sehr spannend gearbeitet. Zeige ich euch gleich. Und dann habt ihr hier nochmal verschiedene Modifikationsvarianten. Schwierigkeitsgrad 3 für motivierte Macher. Da kann man jetzt viel drunter verstehen. Aber mit so ein bisschen Näherfahrung, Rock oder Ähnliches, solltet ihr hier auch klarkommen. Und jetzt schauen wir mal in die Anleitung von Mein Werk DIY rein. Hier stecken wir in der Anleitung und ihr seht direkt nochmal die technischen Zeichnungen, die verschiedenen Varianten. Haben wir alles schon gesehen. Auch nochmal die beige Variante von dem Kleid oder von dem Oversize-Hemd-Blusenkleid. Dann ist sehr, sehr viel Detailarbeit hier drin. Ihr habt Schwierigkeitsgrad 3 von 4. Das heißt, so ein bisschen Näherfahrung macht wirklich schon Sinn. Und dann haben wir hier eine kleine Liste mit dem Material, was ihr braucht. Werkzeug. Das Ganze hier nochmal schön veranschaulicht. Und dann geht es auch direkt schon in die Anleitungen. Es geht los mit einer Checkliste. Finde ich bei so großen Stücken sehr, sehr praktisch, weil man gerne auch mal einen Schritt vergisst. Und so könnt ihr wirklich gucken, habt ihr alles, was ihr braucht. Könnt euch vorher gut auf das ganze Stück einstimmen. Und dann Schritt für Schritt diese Liste durchgehen. Als erstes kommt der Zuschnitt. Hier fällt direkt auf, dass die Ärmel so eine etwas spannende Form haben. Und das hängt mit der Rückenpasse und eben diesen Manschetten, ja, den Manschettenärmeln zusammen. Zeige ich euch gleich in der Anleitung nochmal im Detail. Ist ein sehr schönes Feature, wie man sich eben die Manschetten an den Ärmeln etwas einfacher machen kann. Dann haben wir immer mal wieder in dem E-Book kleine Tipps. Hier zum Thema linke und rechte Stoffseite, wie man die unterscheiden kann. Auf jeden Fall lesenswert, sich das alles anzugucken. Hier wird die Einlage eingebügelt und dann geht es direkt los mit der Knopfleiste, die Quetschfalte im Rücken. Und dann wird auch schon gesäumt, das ganze Stück. Ihr könnt rund säumen, ihr könnt gerade säumen. Hier ist eben nochmal so ein Tipp dazu. Nach dem Saum kommen wir dann eben schon zu unseren verrückten Ärmeln, die hier diesen komischen Auslaufer haben, den man so nicht gewohnt ist, und zu unserer Rückenpasse. Und hier ist nämlich der ganze Clou, dass die Ärmel, die hier unten mit Manschetten abschließen, einen Schlitz bekommen, der quasi so schon drinsteckt aufgrund dieser Form und der hier in dieser Naht, hier in die Rückenpasse weitergeführt wird. Das werdet ihr gleich sehen. Dafür schauen wir erstmal, wie man die Ärmel vorbereitet. Seht ihr hier so eine kleine Falte, dann hier, wie die Manschetten gearbeitet werden. Hier wird alles sehr fein gebügelt. Nahtzugaben werden weggeschnitten, weggeknipst. Alles wird sehr schön umgestülpt. Dann werden hier die Manschetten angenäht. Auch hier müsst ihr sehen, wie unfassbar genau gearbeitet wird. Und dann ist das quasi hier unten schon mal der fertige Ärmel. Ihr könnt natürlich auch kurze Ärmel nähen. Hier im E-Book ist der lange Ärmel. Und hier seht ihr, wie der eingenäht wird. Der wird nämlich offen eingenäht. Und hier seht ihr nämlich, dass der Ärmel quasi mitten in der Mitte, in diesem Ausläufer, auf die Rückenpasse trifft. Hier kann man das erkennen. Und dann könnt ihr einmal die gesamte Passe hier von links nach rechts schließen und eben bei eurem Manschettenärmel schlitzenden. Und das ist nämlich genau dieser Clou. Diese Passe und diese Ärmelnaht, die auf dem Rücken verlaufen, die euch dabei helfen, diese Manschette sehr viel einfacher zu arbeiten, als bei vielen anderen Hemdblusen-Varianten. Sonst muss man dann nämlich doch noch ein bisschen mehr Heckmack betreiben. Wie gesagt, kurze Ärmel gibt es auch. Dann wird der ganze Spaß natürlich fein gebügelt. Hier werden nochmal die Schlitze abgesteppt. Und dann geht es weiter an den Hemdkragen. Und der Hemdkragen ist nicht ganz unkompliziert, aber dafür wird er hier ganz fantastisch detailliert gezeigt. Jeder Schritt steckt drin. Der Steg, der Hemdkragen, wie er arbeitet, wie genau man arbeiten muss, wie der Spaß dann hier auch an den Halsausschnitt angesetzt wird. Also da lohnt sich auch hier diese kleine Gratulationsgrafik, denn das ist schon ein höheres Nählevel. Also das ist für Anfänger sehr, sehr schwierig. Deswegen, wenn ihr Anfänger seid, arbeitet unfassbar genau. Und wenn ihr Profis seid, arbeitet auch genau, weil dann wisst ihr, dass das so einen großen Unterschied macht. Hier sind wir bei der Knopfleiste, Knöpfe, Knopflöcher. Hier eine kleine Ansage zum Thema Knöpfe und Knopfloch, wie groß da alles sein muss. Und dann habt ihr es auch schon geschafft. Aber das E-Book ist noch nicht zu Ende. Hier ist nochmal eine kleine Anzeige darüber, wie lang das ganze Stück ist. Dann haben wir hier ein paar Fakten zu Nähmaschine, Spule, Nadel, Probenähte, wie eine Naht richtig aussieht, dass man Stoffe waschen sollte. Da bin ich auch großer Fan von. Hier nochmal A4, A0. Also viele, viele Details, die euch helfen, dieses E-Book und diesen Schnitt richtig auszudrucken. Der Maßstab zusammenkleben. Hier nochmal eine kleine Ansage zum Thema Saum, wo ihr den Saum am besten kürzt. Die Ärmellänge, wie die gekürzt wird. Und dann kommen wir zum Glossar. Und das ist tatsächlich einfach wirklich ein A bis Z mit Nähbegriffen. Und da könnt ihr wirklich nochmal ein bisschen was lernen. Gerade wenn ihr noch nicht sehr viel genäht habt, seht ihr hier nochmal sehr viele Details, wie man anständig näht. Sehr, sehr schönes Feature in diesem E-Book. Finde ich ganz, ganz toll. Hemd-Blusenkleid Nummer 4 ist die Belladonna von Erbsünde. Hier haben wir auch direkt die Größen 34 bis 56. Und da schauen wir auch erstmal, was wir hier eigentlich bekommen. Und klicken uns da einmal rein. Sehr, sehr viele Bilder sind dabei. Wir sehen hier ein Hemd-Blusenkleid mit einem schönen runden Kragen. Das Ganze hat fast so einen leichten Rockabilly-Style, finde ich. Auch in den verschiedenen Varianten. Hier besonders mit dem Stoff und dem Mützchen. Tolle Variante. Kann man elegant machen. Bisschen leger. Verschiedene Knöpfe nutzen. Das hier ist eher sportlich, wie ich finde. Musterstoffe, Paspeln. Ihr habt viele, viele Möglichkeiten, dieses Ding zu variieren. Und hier sieht man auch besonders toll die Falten in der Taille neben der durchgehenden Knopfleiste. Und da sind wir aber ganz klassisch beim Hemd-Blusenkleid. Eben mit der klassischen Knopfleiste und mit dem Kragen. Und da schauen wir jetzt mal genauer rein. 8,90 Euro ist der reguläre Preis. Ihr bekommt natürlich hier einen kleinen Sonderpreis von Erbsünde. Und dann haben wir dabei eine Anleitung als PDF. Das Schnittmuster als PDF, die Größen. Und es ist für Anfänger geeignet. Aber ich sage nochmal auch, lieber Anfänger, die schon ein bisschen was gemacht haben und die sehr, sehr, sehr sauber arbeiten. Weil auch hier Knopfleiste und Kragen sehr sauber gearbeitet werden müssen. Was brauchen wir? Eine Maßtabelle und die Stoffmenge findet ihr hier im Blick in die Anleitung. Das ist hier einmal dieser Klick. Den kann ich euch nur empfehlen. Da öffnet sich schon mal so ein kleiner PDF-Viewer mit den ersten Infos. Das haben nicht alle Anleitungen. Einige haben es. Ist ein sehr, sehr schönes Feature, wenn ihr bei eurer Größe nicht sehr sicher seid. Dann haben wir eine Stoffempfehlung. Leichte, nicht dehnbare Stoffe, also Webwaren. Ihr braucht Knöpfe, Druckknöpfe als Alternative. Sehr, sehr schöne Variante. Ihr braucht ein bisschen Vlies. Ihr braucht natürlich das Schnittmuster, müsst es zusammenkleben und die gängigen Werkzeuge. Und dann haben wir hier nochmal eine kleine Beschreibung. Es ist ein Hemdblusenkleid, in Falten gelegter, Rockteil, seitliche Eingrifftaschen, Knopfleiste, verschieden lange Ärmel, etc., etc., etc. Hier nochmal so ein paar Infos von Designerin Erbsünde. Und damit schauen wir jetzt direkt einmal direkt ins E-Book rein. Hier seht ihr die Belladonna verschiedene Varianten. Einmal als Kleid. Dann haben wir hier auch nur als Oberteil mit Gürtel gearbeitet. Klassisch, leger, wie euch das am besten gefällt. Dann hier die verschiedenen Größen, dass ihr wisst, wie viel Stoff ihr braucht, hier unten. Und hier oben auch, welche Größe ihr nähen müsst. Immer sehr, sehr wichtig, dass ihr da gut abmesst. Nochmal das Material. Hatten wir eben schon mal. Hinweise zum Drucken. Und dann geht es auch direkt in die Vollen. Ihr müsst euren ganzen Spaß einmal zuschneiden. Denn der Schnitt enthält keine Naht- und Saumzugaben. Die müsst ihr selbst hinzufügen. Immer sehr, sehr wichtig. Da müsst ihr natürlich achten, dass ihr beim Zuschnitt und beim Übertragen alle Markierungen mit übertragt. Dass wirklich alles dabei ist. Weil dann geht es natürlich direkt am Anfang schon mal los mit den Brustabnähern. Dass der Spaß gut sitzt. Die müsst ihr gut übertragen. Dann braucht ihr am Rock noch ein paar Markierungen. Hier sind die Taschenbeutel. Dann braucht ihr den Kragen. Also ihr seht auch nochmal, welche Stücke ihr wie oft braucht. Dann habt ihr hier tatsächlich doch schon mal einen Ärmelumschlag. Also der Ärmelsaum ist quasi mit drin. Und dann braucht ihr hier diese Faltkante für das hintere Rockteil. So. Im Rücken habt ihr Rückenabnäher, damit das Ganze an der Taille schön sitzt. Die werden hier gearbeitet. Damit geht es dann auf der Seite direkt los. Vorne die Brustabnäher. Muss man alles schon mal gemacht haben. Beziehungsweise ihr seht hier auch, wie es geht. Die Schulternähte werden geschlossen. Die Ärmel werden eingesetzt. Und hier, das mag ich ja immer besonders, sind so viele Knipse, die euch dabei helfen, den Ärmel gut einzusetzen. Da kann man nichts falsch machen. Da wird das Ganze genäht. Hier seht ihr auch schön viel Raum in der Schulter, dass das alles sehr bequem ist. Und dann kann der Ärmel eingenäht werden. Hier unten habt ihr den Umschlag des Ärmels, damit ihr einen schönen Abschluss habt. Das ist der kurze Ärmel in dieser Variante. So sieht das Ganze aus. Auch alles fein säuberlich gebügelt. Also beim Hemdblusenkleid macht es sehr viel Sinn, alles, jeden Schritt wirklich einmal ganz fein abzubügeln, damit ihr wirklich auch so eine tolle Optik hier bekommt. Und hier mit diesem Jeansstoff ist auch jedes Absteppen von außen nochmal sehr, sehr schön. Hier ist das in einem hellen Garn gemacht, mit einem weißen Garn. Sieht fantastisch aus. Dann geht es an den Kragen. Auch hier sauber arbeiten. Und auch hier habt ihr viele Varianten. Habt ihr ja eben bei den Beispielbildern schon gesehen. Am Kragen kann man eine Paspel mit einnähen. Man kann einen runden Kragen nähen, einen eckigen, einen großen, einen kleinen. Also da könnt ihr den Stil vom Hemdblusenkleid wirklich ganz stark mit beeinflussen, wie ihr das macht. Für den Anfang lieber erstmal sauber so nähen, wie es hier gemacht ist. Wenn ihr ein bisschen mehr Erfahrung habt, könnt ihr natürlich auch mehr machen. Hier seht ihr die kleinen eingeschnittenen Knipse, dass der Kragen sich schön legt. Und so ist der Kragen dann auch schon fertig. Und könnte angenäht werden, wird er aber noch nicht, beziehungsweise nur auf der Hinterseite, weil wir natürlich die Knopfleiste noch einbringen müssen. Und weil wir hier eine durchgängige Knopfleiste haben, müssen wir erstmal mit dem Rock weitermachen. Den seht ihr hier. Das ist das Schnittteil des Rocks. Diese vielen kleinen Knipse sind die Falten. Die müsst ihr auf jeden Fall mit übertragen oder einknipsen. Hier seht ihr das Stück. Und dann diese Falten alle legen und bügeln und fixieren, sodass der ganze Spaß einmal so aussieht, dass ihr das dann am Vorderteil oder am Oberteil festmachen könnt. Wenn ihr Taschenbeutel macht, ist das jetzt auch der Moment für die Taschenbeutel. Hier sind die einmal mit drin. Dann werden die Seitennähte geschlossen. Und so kommt dann alles zusammen. Hier seht ihr Taschenbeutel und die Falten. Viele, viele Details. Unten haben wir auch so einen tollen, breiten, umgeklappten Saum, wie bei den Ärmeln schon. So sieht das hier aus. Und hier werden auch direkt schon die Oberteile und Unterteile zusammengefügt, sodass jetzt dann auch mit der Knopfleiste weitergemacht werden kann. Die ist hier tatsächlich nochmal verstärkt mit einer Flieseline. Das ist auch sehr praktisch, damit die wirklich auch eine Ecke länger hält. So, wenn die Knopfleiste gemacht ist, dann wird die in den Kragen hineingelegt. Den haben wir ja vorhin schon ein bisschen fixiert gesehen. Und der kann dann auch zugenäht werden. Seht ihr einmal hier. Wirklich sauber, sauber, sauber arbeiten, damit ihr auch so einen schönen Abschluss bekommt. Unten wird der Saum genäht. So sieht das aus. Wieder abgesteppt hier bei der Jeans-Variante. Die Knopfleiste wird abgesteppt. Und so sieht der Spaß dann auch aus. Hier haben wir sogar schon Knopflöcher. Knöpfe müssen angenäht werden. Und so kann das sein. Lange Ärmel haben wir hier auch mit so einem Schlitz. Sehr schön gearbeitet. Auch ganz im Detail für euch, damit ihr seht, wie das geht. Wo gesteppt wird, wo nochmal abgesteppt werden kann. Kommen da nochmal Manschetten drauf? Ja. Da seht ihr, ist der Schlitz. Hier nochmal eine Falte. Und da wird die Manschette gearbeitet. Also sehr, sehr klassische Elemente in diesem Schnitt mit dabei. Aber mit diesen Falten eben auch so ein bisschen, so ein etwas lockererer Style. Hier haben wir nochmal einen Auflageplan. Ihr seht den Stoff. Und hier seht ihr das Schnittmuster. Und das ist es dann auch schon. Die Belladonna aus dem Hause Erbsünde. Die Nummer 5 in unserer Reihe ist Schnittmuster Bluse und Kleid Cleo von Schnittchen Patterns. Und hier sehen wir das gute Stück auch schon. Ihr seht einen ganz klassischen Schnitt in der A-Linie. Und ihr habt hier eben nicht so einen Kragen, wie wir ihn eben schon hatten, sondern eine Schleife. Ich glaube, man kann auch Schluppe sagen dazu. Die ist hier offen. Hier ist aber unsere Knopfleiste. Es gibt Manschetten. Wir schauen uns das Ganze nochmal in den verschiedenen Varianten an. Von der Seite unten habt ihr einen abgerundeten Saum. Hinten auch nochmal rund. Und so eine technische Zeichnung. Wir haben eine Passe. Hier seht ihr nochmal die Schleifen. Taschen könnt ihr aufsetzen. Und hier sind die Brustabnäher. Also es ist nicht tailliert, sondern es ist wirklich diese klassische A-Linie hier nur mit Brustabnähern. Dann haben wir das Ganze auch nochmal in der Blusenvariante. Sehr, sehr schön. Auch die Knopfwahl ist hier fantastisch. Und das Ding ist einfach nur zeitlos. Also da macht ihr nichts mit falsch. Das passt einfach immer. Auch nochmal eine technische Zeichnung von der Bluse. Und hier ist die Schleife nochmal zur Schleife gebunden. Der reguläre Preis sind 8 Euro. Ihr bekommt es jetzt natürlich ein bisschen vergünstigt. Dann haben wir hier auf Englisch und Deutsch. Und ich verrate euch auch auf Französisch tatsächlich im Schnittmuster. Größen 34 bis 46. PDF zum Ausdrucken. Und Zeichnungen, die die Schritte erklären. Hier haben wir den Stoffverbrauch für die verschiedenen Größen sehr gut. Und dann nochmal, was man noch braucht. Knöpfe, ein bisschen Bügel, Fließ, natürlich Garn. Und hier eine kleine Ansage zum Thema Nählevel. 4 von 5. Also schon eher ein gehobenes Level. Und dann nochmal die verschiedenen Möglichkeiten. Kleid, Bluse, verschiedene Ausschnitte. Die Schleife, den Beleg etc. Hier die Empfehlung, das Ganze aus Jeans zu machen. Aus Denim mit einem Kontrastgarn abzusteppen, wie wir es eben schon gesehen haben. Oder ein bisschen femininer mit Chiffon, Seide. Einfarbige Baumwollstoffe, so fürs Büro. Viskose macht sich bestimmt auch toll. Viskose Webware, die hier unten schön flattert. Also viele verschiedene Möglichkeiten. Auf jeden Fall natürlich wieder eine Webware. Nicht elastisch. So, und damit gucken wir dann auch direkt einmal ins Schnittmuster für Cleo von Schnittchen Patterns rein. Dieses E-Book ist sehr, sehr geordnet und relativ knapp gehalten tatsächlich. Also hier am Anfang seht ihr nochmal die Zeichnungen von den Stücken. Rücken, Passe, Schleife, Brustabnäher und so weiter. Dann haben wir alles einmal auf Deutsch und Englisch. Später auch nochmal hier Französisch. Hier haben wir ein paar Ansagen zum Thema, wie man vorbereiten muss. Dann, wie immer, Naht- und Saumzugaben. Hier sind sie im Schnitt enthalten. 1 cm, wenn nicht anders angegeben. Saumzugaben sind gekennzeichnet. Also auf jeden Fall etwas, was ihr unbedingt mit übertragen müsst, wenn ihr den ganzen Schnitt übertragt. Dann hier Englisch, Französisch, das Ganze auf Deutsch. Und dann schauen wir mal weiter. Wir haben eine Maßtabelle für die verschiedenen Größen. Sehr wichtig, dass ihr eben eure richtige Größe hier findet. Brustumfang wird hiermit am wichtigsten sein, weil wir da eben die Brustabnäher haben. Aber ihr habt sehr viele Details, auch Armlänge, Taillenlänge und so weiter. Halsumfang. Schaut euch das unbedingt im Detail an. Dann haben wir hier Stoffempfehlung und Stoffverbrauch. Wie eben schon gesagt, Denim ist toll, Chiffon, Seide, Baumwollstoffe. Viskose macht sich bestimmt auch super. Stoffverbrauch haben wir eben alles schon auch auf Make-Ris.de gesehen. Und dann geht es zum Lageplan, wie die Schnittteile aufgelegt werden. Hier könnt ihr das schon mal sehen. Stoffbreite von 1,40. Das ist so das gängige Ding. Größe 34 bis 38. Dann haben wir hier nochmal größere Größen, wie die aufgelegt werden. Immer sehr hilfreich, sowas zu sehen, weil man da wirklich auch gut Stoff sparen kann. Also ihr seht, hier ist alles sehr, sehr eng gelegt. Das ist auch der Vorteil der schon enthaltenen Nahtzugaben, dass ihr wirklich die Stücke alle nebeneinander auf euren Stoff ballert und dann nichts mehr falsch machen könnt. Und dann geht es an die Anleitung und die ist hier mit Zeichnung gehalten. Und das hat einen ganz tollen, cleanen Look. Also ihr seht hier keinen Schnickschnack, sondern nur das, was ihr braucht. Und da geht es eben direkt los mit der Knopfleiste, mit den Brustabnähern. Dann wird die Tasche vorbereitet. Hier habt ihr direkt die Taschenposition, die mit übertragen werden muss. Dann haben wir hier Außenpasse, Innenpasse, die Vorderteile, wie das alles gearbeitet wird. Sehr, sehr sauber. Auch ein ganz toller Look eben mit diesem Grau und Weiß, dass ihr immer wisst, was rechte und linke Seite ist. Dann werden hier die Ärmel mit Ärmelschlitzen gemacht. So wird so ein Ärmelschlitz dann eingeschnitten. Auf die Nähte zu, auf keinen Fall in die Nähte hinein. Habt ihr bestimmt auch schon mal gemacht. Und dann ist wirklich eine ganze Menge Text mit dabei. Nicht sehr viele Grafiken, aber genug Grafiken, dass man eben weiß, was man tun muss. Um hier zum Beispiel dann auch eben das Schluppenband anzubringen und den Kragen anzubringen. Hier seht ihr nochmal die Passe. Alles von der linken Seite. Und dann seid ihr auch schon fertig. Also es braucht gerade mal 10 Seiten für viele, viele Erklärungen, Formnähen und dann die Nähanleitung selber. Hier ist der ganze Spaß nochmal auf Englisch für euch. Sieht alles noch viel kürzer aus. Und dann kommt tatsächlich auch schon das Schnittmuster. Und so seht ihr relativ kurz und knackig, wie ihr wirklich ein ganz tolles, sehr klassisches Hemdblusenkleid, nämlich Kleid und Bluse Cleo, von Schnittchen Patterns selber nähen könnt. Und das war meine Auswahl für euch. Fünf verschiedene Hemdblusenkleider. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich wie immer über einen kleinen Daumen hoch für dieses Video. Und wenn ihr den Kanal abonniert. Ich bin jetzt wahrscheinlich noch ein Weilchen im Homeoffice. Dementsprechend werde ich vielleicht noch das ein oder andere E-Book-Blick, Einblick-Video für euch machen. Wenn ihr da bestimmte Wünsche habt, dann lasst mich das unbedingt wissen unter diesem Video in den Kommentaren. Und dann kann ich direkt mal die passenden E-Books raussuchen und kann gucken, welche Designerin, welcher Designer uns da ein paar Blicke ins E-Book und vielleicht auch einen guten Preis gewährt. Und dann haben wir da ein paar schöne Inhalte für euch, damit ihr euch nicht langweilt, weil ihr ja wahrscheinlich jetzt auch zum großen Teil zu Hause sitzt. Und ich kann nur sagen, Leute, haltet durch. Lasst uns alle gemeinsam durchhalten. Lasst uns gesund und munter bleiben. Die Wörter der Stunde sind halt einfach Social Distancing und Stay the Fuck Home. Und dann kommen wir alle da durch und bleiben gesund und schaffen das als solidarische Gesellschaft. Ich hoffe, ihr seid da alle einer Meinung und seid alle dabei und tut, was ihr könnt, damit wir gemeinsam bald wieder gesund und munter draußen den Sommer genießen können. Bis dahin, ganz viel Spaß hier im Kanal. Schaut euch unbedingt an, was wir noch so für Videos haben. Schaut euch an, was wir auch auf makers.de noch für euch machen. Und ja, seid gern wieder dabei. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!